Willkommen zurück auf Minibrunnen. Wir sind beim Landwirtschaftssimulator. Der Verkauf von dem Anhänger hat mir erstmal den Hals gerettet. Ich kann Johnnies Löhne bezahlen. Und jetzt möchte ich mal den neuen Feldhäcksler fragen, was er zu den großen Anhängern sagt. Quik, quik, quik. So. Mal sehen, was du jetzt sagst, mein Freund. 3%, 5, 6, 7%. Oh, der wird immer noch ruckzuck voll sein. Okay. Tschüss. So. Wofür brauchte ich jetzt nochmal die ganzen Fortschritts-Anhänger? Das hat sich ja jetzt erledigt. Die Mähdrascher sammle ich mit dem großen Überladewagen ab. Die Kartoffel mit dem kleinen Überladewagen. Den blauen behalte ich und die beiden hier verkaufe ich. Ja, ich muss jetzt ein bisschen was verkaufen, weil ich verschuldet bin. Ah, guckt euch an, wie schön. Boah, der Ding ist ja schon wieder drei Viertel voll. Ah, ah. Oh, Mann. Das gibt sich in der Arche. Jawohl. So. Alles klar. E. Ich sagte E. Und R. Verkaufen. Verkaufen. Gut. Ich habe 14.000 auf dem Konto. Das heißt, ich kann mir so ein ganz leichtes Lächeln wieder erlauben. Was macht dann der Anhänger hier? So. Zack. Auffüllen. Danke. So, jetzt wird er drüben gedüngt. Oh, der kann wieder in die Aussage gehen. Wunderbar. Bitte einmal auffüllen. So, ein Stück noch mal zur Seite. Jawohl. Und. H. So, du kannst aber bestimmt schneller fahren. Alles klar. Hab Spaß. So, und ich gucke mal. Oh nein, warte. Ich gucke nicht jetzt. Ich gucke. Wenn. Unsere. Der ist voll. Und hat nicht mal Bescheid gesagt. H. Wie kann ich das Ding da vorne eigentlich abschalten? V. B. Aha. So. Und bevor ich gucke, was ich alles verkaufen kann. Muss ich A. Den hier nach Hause bringen. Weißt du was? Mach du das mal bitte selber. Ich kümmere mich um die Schweine. Ja. Ja. So. Sehr gut. Alles klar. Schweine sind sauber. Das heißt. Mal gucken. Ja, geht eigentlich. Ein bisschen Stroh kriegen sie noch. Wasser kriegen sie noch. Oh. Seht ihr das auch? Als erstes. Helfer A wird durch ein Objekt blockiert. Ich komme Helfer A gleich zu Hilfe. Helfer A ist auch dumm. Helfer A ist auch dumm. Wobei. So. Du hast recht, Helfer A. Ich werde dort im Boden nochmal etwas angleichen. So, H Nein, H Helfer A wird nicht mehr blockiert So H Gut So Jetzt Ach, richtig Du bist fertig Das heißt, du wirst jetzt in den Container abstellen So Und jetzt werde ich A Die Silage abholen A, die Silage abholen B, die Hühner mache Wow, die Hühner sind wirklich dreckig geworden So Und C Machen wir unseren Silage-Ernter wieder flott Indem wir ihn in den Anhänger zurückbringen Ach, der kann in drei Seiten schippen Rechts, links, hinten Das ist gut Dann kippen wir nämlich nach hinten ab Das beschert uns die wenigsten Probleme Wir fahren einfach hier durch Und kippen Jawoll Holla, die Waldfähig Na, das schau ich Das sehe ich doch gern Und jetzt Guckt mal hier Juhu Sehr gut 90.000 Häcksel gut Gleich haben wir 100.000 Häcksel gut Ich glaube mit dem Feld Haben wir den erstmal für eine ganze Weile ausgesorgt So Stop Abhängen E So Und H Gut Und den Anhänger hier kann ich jetzt wieder wegbringen So Super Ich werde mal die Ernte jetzt wird schneller vonstatten gehen als vorher Und unser täglich Gras Anhänger Oh Ich werde gar nicht mehr Zeit drauf machen können Der wird so schnell gehen So Und jetzt Wo alles gemacht ist Kann ich endlich gucken Was ich habe Also Oh Kartoffelzirkus Mist Was ist das hier? Keine Ahnung Kartoffeln Verdammt Ich habe den Kartoffelzirkus vergessen Tausend Oh Die Waldfee Sorry Aber Ich muss gerade den Kartoffelzirkus machen Und zwar ganz 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 schnell R Oh Verdammter Mist Über tausend für die Kartoffeln Ihr wisst was das heißt Da kann ich bald wieder schuldenfrei sein So Gut Gut Aber ich wollte gucken was ich verkaufen kann Also Ich hätte 75.000 Getreide Ich habe 26.000 Oh 4.300 Sonnenblumen Ich habe 37.000 Sojabohnen Ich habe 38.000 Mais Ja Und die Silage wird gerade eingebracht Und ich habe noch 380.000 Stroh So Kartoffeln sind leer Achso ja richtig Ich brauche die Spezialkartoffel Ach Rindenmulch Ist das richtig Gewaschene Kartoffeln Das Rindenmulch Das ist äh Weil ich jetzt den großen Häcksler habe Der kann ja ein Rindenmulch Vor äh Für Pappeln Für Pappeln kann der ja machen I So Der eine läuft wieder Und Ah Alles klar Läuft Na Ich will hier weg Danke Und I Und jetzt gucken wir gleich mal Nichts Nichts Gut So Habt ihr noch mehr abzuliefern Nein Der hat noch was Okay Der steht schon wieder Ohne mir Bescheid zu sagen Und der steht auch Ohne mir Bescheid zu sagen Das heißt wir machen zuerst mal Den hier fertig Und dann holen wir die nächsten Eimer Silage Endlich sind wir mal mit der Silage Schneller als der Fermentierer Der Reste Die reichen Hahaha Oh ja Da muss ich nach Helfen So und hier kann ich mir schon mal überlegen Was ich aussehen werde Stopp Und H Läuft Und jetzt Unimog Gib mir dein Silage Anhänger Ja klar So So Und Und Oh der hat schon wieder 100 Liter Silage drin So Ehrlich Silage Hechsel gut So Cool Cooler Anhänger. So. Den hätte ich gerne mal abgeladen. Ach so. U. Verdammt noch mal. Ah, jetzt. Danke. Und jetzt kannst du den Großen abladen. Oh, wir haben schon wieder 15.000 Silage zusammen. Haha. Herrlich. Der alte Fermenter, der wäre jetzt schon wieder voll gewesen. Ah, jetzt ist er fertig. Sehr gut. Nein, du schießt nicht auf mich. So. Der gehört dir. Und viel Spaß, Johnny. Sehr gut. Und ich würde sagen, damit sage ich danke fürs Zuschauen. Macht's gut bis zum nächsten Mal. Mal schauen, wie lange der hier für die Ernte braucht. Und mal schauen, wie lange ich brauche, bis ich meine Schulden los bin. Also, macht's gut bis zum nächsten Mal. Und see you later. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.